Hier, Matthias, ein Geburtstagstisch. Ui! Das ist nicht schön. Das ist ja unverschämt. Das ist ja unverschämt. Ist doch schön, oder? Ja, traumhaft. Dass ich's doch ja nicht vergesse, oder was? Na klar. Setz dich noch, schön. Das ist schön. Fällst du, ja? Traumhaft schön, liebe Leute, eine Brache. Keine 30, dass ich ja nicht vergessen durfte, wie alt ich heute werde.